Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem brandneuen Video von Disney Dreamlight Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute an diesem 1. April, und passend zum 1. April, gab es auch einen kleinen Joke, beziehungsweise einen kleinen Witz von den Entwicklern. Den werde ich euch gleich zeigen. Mal gucken, ob es überhaupt ein Witz ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich finde es eigentlich ganz witzig, aber zuerst müssen wir noch die Kürbisse ernten. Denn ich muss ja auch noch zu Dagobert. Merlin habe ich mir auch mitgenommen. Geht auch relativ schnell. Ich liebe einfach auch diese neue Erntemaschine oder Gießmaschine. Ich liebe dieses Ding. Also ich benutze das jetzt wirklich nur noch. Man kann so schnell damit Geld verdienen. Man muss kaum noch was tun. Oh, ich muss die Roten eben einsammeln. Will da nur ein kurzes Video. Erinnerungen nehmen wir noch mit. Nein, ich will die noch haben. Egal. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Danke, Merlin. Danke, danke, Dankeschön. Ja, ich brauche unbedingt wieder Kohle. Ich müsste eigentlich wirklich noch mehr Felder anbauen. Aber ich habe gerade nicht so viel Platz hier. Hier, mein Best dabei, mein Bart. Ich liebe Kürbisse. Wunderbar. Da müsste man eigentlich auch wieder so 50.000 kriegen ungefähr. Uki zucki. Den auch noch? Oder will er nicht? Nehmen wir auch noch mit. Dann quatschen wir den Automaten nochmal an. Samen säen. Zack. Ich liebe es. Ich liebe es. Er muss einfach auch nicht mehr gießen und so weiter und so fort. Herrlich. So, genau. Kürbisse. Gehen wir eben zum Verkaufen. Und wir gucken uns auch nochmal, äh, auch noch einen Post von 4, vor 4 Tagen an. Da haben sie auch was gepostet zu der Roadmap. Also zum nächsten Update, was kommen wird. Einmal verkaufen, Goofy. 50 Kübisse. Ach, guck mal. Da haben wir sogar noch 30. Cool. Ne, nicht ein. 50. Wunderbar. Wie viel bekommen wir? Guck mal. Haben wir wieder 53.000. Sehr, sehr geil. Genau. Ich zeige euch das mal. Das haben sie jetzt heute am 1. April gepostet. Einmal dieses Bild. Genau. Soll jetzt im nächsten Update kommen. Und zwar bekommt Olaf jetzt auch einen eigenen Schneemannladen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, viele werden das natürlich wieder glauben. Äh, da werden, glaube ich, viele in die Irre geführt. Ich meine, sie haben ein extra neues Gebäude dafür gebaut, ne? Oder entwickelt oder gestaltet. Finde ich schon cool. Ich finde, das sieht sogar richtig geil aus. Auch mit diesen Schneemännern im Schaufenster und so. Guckt euch das mal an. Genau. Olaf Snow Sculpture Emporium. Also einfach ein Schneemann-Schneeskulpturenladen. Finde ich eigentlich cool. Also nicht, dass es da Schneemänner gibt, aber diesen Laden an sich. Und vielleicht kommt ja generell mal überhaupt mal ein neuer Laden. Mit neuen Spezialitems oder sowas. Finde ich sehr, sehr cool. Aber ich denke mal, es wird halt nur ein April-Scherz sein. Ja. Schreiben auch schon viele in die Kommentare. Aber ich glaube, viele werden es natürlich auch glauben. Und ich hoffe, die sind dann nicht enttäuscht. Aber geht davon aus, es wird ein April-Scherz sein. Garantiert. Das postet ihr nicht umsonst heute. Und ich meine, das nächste Update wird wahrscheinlich auch erst in vier, fünf Wochen oder sowas kommen. Ja. Schreibt gerne eure Meinung dazu. Ich finde es eigentlich ganz cool. So von der Gestaltung her. So. Da, Gobert. Was haben wir denn hier? Das habe ich schon. Klamotten. Gibt es nix. Da müssen wir gar nicht erst gucken. Es regnet. Aber irgendwie so ein Laden wirklich mit speziellen Items. Oh, eine coole Tür. Schön. Oh. Große Doppeltür. Nehmen wir mit. Aber fände ich cool. Also gerne, gerne, gerne. Auch vom Optischen gefällt mir der Laden sehr, sehr gut. Und das haben wir, glaube ich, auch schon. Genau, den Löwen haben wir auch schon. Ah, die Böden natürlich noch nicht. Beziehungsweise die Tapeten. Nehmen wir mit. So. Weil ich glaube ja, das nächste Update wird, glaube ich, nicht mehr im April kommen. Der Sternpfad hört jetzt in zwei Wochen ungefähr auf. Wir können auch mal gucken, wann er jetzt genau aufhört. Nämlich am, in 15 Tagen, genau, in zwei Wochen hört das auf. Dann wird es wahrscheinlich nochmal drei bis vier Wochen dauern. Also ich rechne ja wirklich mit der zweiten Mai-Woche, dass da das nächste Update kommen wird. Wäre cool im April. Wäre cool im April. Vor allem Akt 2 soll ja auch kommen. Und genau das haben die auch gepostet. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Genau. Expansion Pack. Rift in Time. Genau, das ist ja noch nicht vorbei. Das konnte man seit dem 5. Dezember kaufen. Können wir auch nochmal ein bisschen ranzoomen. Der Text ist jetzt nicht so wirklich interessant. Genau. Und jetzt wird natürlich noch das Daisy-Update kommen. Da haben wir ja schon dieses Schiff gesehen mit dieser Daisy-Statue. Sie wird wohl auch kommen. Wahrscheinlich zusammen mit dem zweiten Akt. Also mit diesem zweiten Bild von Rift in Time. Den ersten Akt haben wir ja schon fertig. Und im Sommer kommt dann nochmal der dritte Akt. Also es wird auf jeden Fall noch was kommen für Rift in Time. Muss man nicht zusätzlich für bezahlen. Ist alles in diesen 30-Euro-Package drin. Ich bin gespannt. Sagen auf jeden Fall diesen Frühling. Frühling ist natürlich noch sehr lange. Frühling ist glaube ich noch bis Juni, glaube ich. Irgendwann Mitte Juni, Anfang Juni oder so. Ich glaube schon. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr seid die Kalender- und Jahreszeiten-Experten. Also ich würde damit den nicht im April noch rechnen. Wäre cool. Wäre sehr, sehr cool. Wahrscheinlich würde halt beides wieder zusammenkommen. Daisy-Update und Akt 2. Ich bin gespannt. Wäre cool, wenn der Aprilschatz dann doch echt wäre. Aber bitte ohne Schneemänner. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich denke mal so 3-4 Wochen nach dem Sternpfad. Ich glaube, das war letztes Mal auch so. Da mussten wir auch 3-4 Wochen bei dem Sternpfad warten. Ähm, bis dann ein neues Update gekommen ist. Oder war sogar noch länger, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann kam das Monster-AG-Update? Nach dem Sternpfad? Doch, auch so 3-4-5 Wochen oder so. Das wäre sehr, sehr lange. Ey, ich würde mich freuen. Ja. Schreibt gerne eure Meinung zu dem April-Scherz in die Kommentare. Das ganze Internet ist ja voll mit diesen April-Scherzen. Was haltet ihr davon? Ich glaube das immer im ersten Moment. Ich dachte so, boah, was ist das denn jetzt? Neues Update in Olaf-Richten-Laden. Ach ja, ist der 1. April. Ja, leider. Aber naja, wäre cool, wenn sie es vielleicht irgendwie doch nochmal umsetzen oder sowas. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Der Akku ist jetzt auch schon leer. Der ist auch noch im Ostermodus. Habt einen schönen Wochenstart morgen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.